Liebe Mitbürger, liebe Jugend, ich danke zunächst einmal herzlich für den großartigen Empfang, den mir hier diese Stadt und hier der Marktplatz voller dichtstehender Leute bereitet hat. Ich darf Ihnen aber auch das eine versichern, wenn ich dieses Jahr hier zum 17. Juni in... Helmstedt spreche, Sie sehen daran, dass es nötig war, wenn ich hier dieses Jahr in Helmstedt spreche, dann ist das mein eigener Wunsch gewesen.